Brutalander ist ein Pokémon mit den Typen Drache und Pflug, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Draschel, welches sich aus Kinnwurm entwickelt. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es in der Lage eine Megaentwicklung zu Mega Brutalander zu verführen und mit Donnersichel besitzt es einen Pandar als Paradox Pokémon. Brutalander ist ein relativ großes Reptilien- oder Drachenartiges Program, das hauptsächlich blau gefärbt ist. Seine Flügel, die unteren Hälften von Schweif und Hals sowie einige Zierflecken sind rot. Brutalander hat einen kräftigen flachen Körper, der auf vier stämmigen, clownbewehrten Beinen steht. Sein Bauch wird dabei von knochenartigen weißen Platten geschützt. Es hat einen sehr langen Hals, an dessen Ende sich sein kleiner Kopf befindet und einen ebenfalls langen, spitz zulaufenden Schweif. Sein Gesicht setzt sich aus einem breiten Maul mit scharfen Zähnen sowie streng dreinblickenden Augen zusammen, zu dem ragen spitze Zacken zu den Seiten weg. Auffällig sind Brutalanders halbkreisförmige Flügel. Wenn es mit Hilfe eines Brutalander-Nieten eine Megaentwicklung durchführt, verwachsen seine Flügel miteinander und bilden eine riesige, halbmondförmige Sichel auf seinem Rücken. Seine Bauchpanzerung prägt sich stärker aus und es stützt sich im Flug mit den vorderen Beinen innerhalb dieser Panzerung ab. Der restliche Körper bleibt annähernd unvereinert, nur die Zacken an seinem Kopf prägen sich stärker aus und verleihen ihm ein bedrohlicheres Aussehen. Sowohl in der Normal- als auch in der Megaform weisen seine Scheinexemplare eine giftgrüne Körperfärbung auf, während die großen Flügel sowie die sonst roten Verzierungen intensiv orange gefärbt sind. Sobald Brutalander bei seiner Entwicklung seinen Knochenpanzer abstreift, büßt es bei einer Verteidigungskraft ein, wird jedoch um einiges schneller und entwickelt große Körperkraft. Seine charakteristische Attacke Fliegen erlernt es direkt bei der Entwicklung und erfüllt sich damit seinen langgehängten Traum. Es attackiert Feinde mit allen ihm zur Verfügung stehenden Waffen, sei es mittels scharfer Zähne und Knirscher, Feuerzahn oder Donnerzahn, mit Kopfnuss oder seinen Kopfstoß, mit scharfen Klauen und Drachenklaue oder mit einem kräftigen Hieb seines langen Schweiß und Drachenrute. Sanroos gefährlich wirken des Äußeres schlägt sich in seiner Fähigkeit Bedroher nieder, welche anderen Pokémon einschüchtert und deren Angriffskraft senkt. Andere Exemplare können über die versteckte Fähigkeit Hochmut verfügen und werden durch das Besiegen eines anderen Pokémon zu noch stärkeren Angriffen motiviert. Seine Armega formen den Brutalanas Kräfte und Geschwindigkeit noch einmal zu. Zudem verschafft sein ausgeprägterer Bauchpanzer ihm gute Abwehrkräfte. Seine besondere Fähigkeit Zenithaut macht es jeder Normalattacke, die es einsetzt zu einer Flugattacke. Wie fast alle Drachen Pokémon sind Brutalanda sehr selten und fast gar nicht in freier Wildbahn anzutreffen. Einer der wenigen bekannten Gebiete ist die Route 3 in Alola, wo sie sich den felsigen, klippenreichen Lebensraum mit ihren Vorstufen teilen. Brutalandas Leben ist durchdrungen, vom Wunsch zu fliegen. Durch seine Entwicklung aus Draschel geht sein lebenslang gehegter Traum in Erfüllung und eine Zellmutation sorgt dafür, dass ihm prächtige Flügel wachsen. In seiner Freude darüber sieht man Brutalanda bisweilen übermütige Kunststücke fliegen und sich in der Luft wild drehen, während es Flammen spuckt. Auf Brutalandas Jagdflügen kann es vorkommen, dass es auf Knackrack trifft und diese darauf folgend Luftkämpfe ausführen, um eine Beutevorrecht zu erhalten. Ist es jedoch einmal wütend, gerät es in Rage und verliert die Kontrolle. Es kann nicht mehr klar denken, zerstört alles in seiner Reichweite mit seinen Klauen und heißen Feuerwehren, das über das Land hinweg rauscht und hinterlässt eine Brandwüste. Erst die völlige Erschöpfung kann es stoppen. In seiner Amerikaform wird seine Aggression noch verstärkt und es greift man auch manchmal seine eigenen Träne an. Seine messerscharfen Flügel durchtrennen Hindernisse, die ihm auf seiner Flugbahn in die Quere geraten. Dies brachte ihn den Spitznamen Rotesichel ein. Dabei ist Brutalanda die letzte Stufe der Entwicklung, entwickelt sich aus Draschel, welches sich wiederum aus Kindwurm entwickelt. Es ist zudem mit Hilfe eines Brutalanda Nieten zur Megaentwicklung fähig. Im Laufe seiner Entwicklung wird sein kleiner Körper von Kindwurm zunächst von einer dicken, kokoreartigen Hülle umgeben, bevor es als großer Drache aus dieser wieder herausbricht und einen langen Schweif sowie große Flügel ausbildet. In den Spielen wird die Entwicklung von Kindwurm zu Draschel auf Level 30, von Draschel zu Brutalanda auf Level 50 und dem Megaentwicklung durch einen Brutalanda Nieten ausgeführt. Mit seiner Kombination aus Drache und Flug ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzenattacken, äh, Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, Entschuldigung, halben Schaden gegen Kampf, Käfer, Feuer und Wasserattacken, doppelten Schaden gegen Gesteinsdrachen, Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.